In diesem Video zeige ich euch mal, dass ein riesiger Slime aber sehr lange braucht, um zu sterben. Jetzt ist es ja ziemlich genau mittags und da werde ich jetzt mal ein Befehl eingeben. Und da sind wir mal die Größe, weil ich... Und dann noch so ein Zeichen und nochmal so ein Zeichen. So ein zu weit. Dann noch die Size. Doppelpunkt. Ich sehe schon. Und ob es die falsche Klammer sind. Wie steht da denn unter? Vorne gehen auch mal. Ein riesiger, witziger Slime. Wenn man unten die Zeit war 1 Minute, 8 habe ich ihn gespawnt. Und dann werde ich das einfach mal hier in Zeitraffan laufen lassen. Dann noch mal hier in die Box. Dann stelle ich ran호 Aggie zurück. Jetzt bl 底he. Dann先 ab 7h00. Dann back doch mal hier in der Tie. Dann fertig in die Chip, es geht und kommt. So, jetzt werde ich nun die Zeit noch einmal erwähnen, weil es nun etwas kleinere Climes drin sind und gibt es hier 4 Stück davon, von immer noch relativ großen Climes. Ich glaube ich etwa 10er Climes oder 8er Climes. Ich glaube ich gleich ein großes Climes aufteilen, also dass man manchmal, wenn man kennt. Ich wollte noch ein bisschen Climes hier. Ich möchte hier auch wieder gleich aufteilen. Dann halte ich auf. Na ja, das sind doch die Hinsigen, die sind größer normal. Jetzt halte ich jetzt nochmal große und zack. Und grob normal und klein. Wir sind alles einst weg und haben 15 Minuten schon aufgenommen. Dann hoffen wir mal, dass es euch unterhalten hat. Und dann gebt hier einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und abonnieren. Und dann... ... ... ...